Lassen Sie sich entführen in die Welt der Holzkunst und entdecken Sie die Vielfalt eines einzigartigen Rohstoffes. Mit der Kettensäge schnitze ich in meiner Werkstatt oder bei Ihnen zu Hause Skulpturen nach Ihren Wünschen und Vorgaben. Gerne bereichere ich Ihre Veranstaltung mit einem atemberaubenden Schoschnitzen und lasse aus Baumstämmen Skulpturen aller Art entstehen. Lernen Sie selbst den Umgang mit der Kettensäge. In Schnitzkursen und kreativen Workshops fertigen Sie unter meiner Anleitung Ihre eigene Skulptur. Besuchen Sie meine Internetseite und stöbern Sie durch eine große Auswahl an Figuren und praktischen Gegenständen. Ich schnitze auch individuelle Holzschilder. Kontaktieren Sie mich gern. Ich freue mich auf Sie.